Nordstar 666, Sandia Crest meldet ein unbekanntes Flugobjekt Richtung Nordwest auf 20.000 Fuß, 3000 Knoten. Das scheint unser seltsamer Gast zu sein. Alarm, startbereit machen, Alarm! Sollte er an der Stelle wieder einsetzen, wo er abgebrochen wurde. Startbahn 4, Startbahn 4, Startbahn 4. Wir geben Gas! Startbahn 4, Starterlaubnis erteilt! Sie bleiben bei mir, okay? Wir müssen dicht beieinander fliegen, damit wir wie nur ein Flugzeug aussehen. Wir müssen für die Abfrage und Kurzeingabe dicht genug herankommen. Losdach 66, die Luftfeuerung.